Musik Jo Leute, was geht? Hier ist der DarkTamerD Und mit dabei ist wieder der Schwuchtel ManuelTier Ja du Missgeburtenspiel, Alter Du bist nur ein Missgeburtenspiel, weißt du das? Und du bist ein Hurensohn Ich bin schon drauf Wieso? Ich war schon drauf, ne, früher als du Weil du gelabert hast Das heißt, du wirst, ich werde als erstes gekickt Jo, ich hab 15 Eisen, du hast 15 Eisen, ne? Du hast eine Kiste? Ja, das ist ja eine Kiste schon Hä, warum, ah jetzt, ich wollte sagen, warum kann ich die Kiste nicht schon Aber Gold, also ein Gold, Hagelsband ist nicht, ne? Gold, ähm, was, ähm Nimm noch den Wassereimer aus der Kiste, das ist wichtig Nee, ohne Scheiße ist es wichtig Ja, wir gehen hier noch nicht weg Ich muss noch alles machen Ey, ich muss auch noch was machen, sonst was brauche ich Scheiße, ey, kannst du hier verzaubern? Achtung, Hilfe Auf wie viel Level? Ein Level Ja Ähm, weil ich bekomme Bun Ich bekomme Bun, das ist scheiße Wart mal, ähm Ich bekomme Rückstoß Hm? Ich bekomme Rückstoß, wenn ich das verzauber Scheiße Und ich bekomme Bun Ja, das ist scheiße Okay, machen wir mal raus mit dir Mit dem Oh, so dunkel Nee Das Hotel, ne? Ich hab schon einen Lava-Eimer von ihm Da, Scherp 1 Ah, ich bin ja dumm, ich könnte ja noch Dings da machen Ja, was liegt das? Das ist Ban, das brauchen wir nicht Ey, Alter, das, ey, diese neue Verzauberung regt mich ja auf Warte mal, was wollte ich mal genau, ähm Wo ist der Kroft, da ist die Walkbench Und noch ein schärfer Schwert Ich hab' ich kein Holz, wir haben kein Holz mehr, ne? Ja, geh mal fahren Okay, die Koordinaten hier und geh mal fahren Aber wie geht das, was braucht Genau, machen wir noch Fehler Also Wir machen hier schärf und schärf Oh, scheiße Gell, ähm, wenn du die zwei Schwerter, ähm, kannst du zusammen craften, ne? Dann bekommst du ein nicht verzauberliches Schwert raus, ne? Das weißt du aber, oder? Was? Wenn du diese zwei Schwerter, was da lagen, zusammen machst Bekommst du, ähm, Dings daraus, ne? Ähm, ein nicht verzaubertes Schwert Juckt mich nicht Oh, ich kann schon nicht mehr sprinten One-Hit-360 Oh, scheiße Ah, scheiße, war das für's Leben Oh, der droppt nix Da unten war ein bisschen Hase Ah, also, aber auch nur Kaninchenfell getroppt Komm, Bogen gegen Bogen Komm Ah, ich glaub, hier waren wir in der ersten Folge noch Ja, oh ja, ich kann mich noch erinnern Genau da war man Ja, ich kann seine Pfeile einsammeln Ähm, ist hier ein Lavasee, ne? Das heißt, wenn du Lava brauchst, da vorne ist Lava am See Oh, doch nicht Was? Ich hab einen Lavasee gefunden An der Oberfläche Okay, aber du weißt den Weg zurück, ne? Zu uns Ja, ich weiß den ausfindlich, denk ich mal Wenn nicht verprinkele ich dich Da muss ich immer weinen Wow! Und dann muss ich zwanzigmal sagen, Darktime ist der schlechteste Kind auf der Welt, weißt du? Loll Wenn ich mit dem Kind tuch passt Ich bin siebzehn Äh, du bist ja nicht siebzehn Hä? Nee Oder du bist ja siebzehn Mhm, ich werde Okay Wann denn im Dingsda? Ähm Im Semester, ne? Im Teil, ähm, Dos Oktober Okay Im Dos Oktober Übrigens, auf Slashp kann man die Spieler sehen, die schon tot sind Nein, echt? Zufälligerweise hab ich das letzte Folge gemacht Zufälligerweise Ja, aber es sind, äh, wieder zwei gestorben, ne? Der Mario ist gestorben Also Der Mario ist gestorben 13 Mario 07 Dead Nee, oh was Die sind beide gestorben Ja Das ist blöd, Alter Du solltest noch machen, wer noch alles liebt Also komm, Mann, das wäre geiler Nee, wer tot ist, ist der geiler Ich weiß jetzt nicht noch, wer lebt Ich weiß, wer lebt Dame Games lebt noch mit Votrex Ähm, lang eigentlich 14 Baumstämmer oder ist es noch wenig? Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr Okay Ähm, dann lebt noch der Gordon mit, äh, Sanko Sanko Und? Und dann lebt noch der Der Will, der Willex mit dem, ähm Wer ist da? Mit dem Felix Und wir leben noch Das sind dann, äh, vier Teams, ne? Okay Eigentlich sollten jetzt Sanko, also Jeder sollte einen Kampf machen Und dann werden nur noch zwei Teams bleiben Und dann fürs Finale oder sowas Eigentlich Ja, zum Beispiel wir gegen, äh, Gordon Die sind ja, ähm, 13 Jahre alt, ne? Wir sind 16 So, ich bin vor Also, du kennst doch das K-Wort, oder? Hä? Du kennst doch das K-Wort, ne? Kitty Ja Hm? Ja, du weißt schon, ne? Groß gegen K Ähm, wir haben vielleicht mehr Chancen Lang 26 Baumstämmer oder soll ich noch mehr fahren? Noch mehr Weil ich glaube, der Dame Games, der will jetzt demnächst gegen Ah, nee, der Dame Games Der, 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 der Dame Games Ja, aber, äh, gut Der, äh, der, ähm, dingse Wie heißt noch mal Der LP mit Wolfler hat sich richtig aufgeregt, ne? Bei Kroom, weißt du noch? Ja Hey, Digga, wie soll ich das gegen die Gegen die zwei Er hat ein richtiges Mutter gemacht, Alter Ja, richtig Mir hat die Kroom noch leid getan Perfekt Perfekt Nemes, alter, dein Ernst Meiner Nee, Nemesis, hab ich bekommen Ich weiß gar nicht, was das ist Ähm, Nemesis Der Gliederflüßer Ja Das ist, glaub ich, ähm Irgendwas für Ähm, fürs Nieder oder so, glaub ich Fürs Oder so Also jetzt Ich hab 37, ähm, Baumstämmer, das muss jetzt lang fürs Erste Und das ist ein Schwein Ich werde abgeschossen vom Scheiß-Dings da Okay, meine Rüstung ist jetzt fast, also Schau, meine Eisenbrüste schützt drei Helm schützt zwei Ähm, Hose noch schützt eins Und Schuhe schützt zwei Ist nice, ne? Das ist schon cool Okay, gut, jetzt komm ich zurück Also Aber mir fehlt noch eine Spinnung Jetzt haben wir hier das da Machen wir hier noch ein Teilschwert Ist eigentlich, äh, Kaninchenfälle so wie Leder oder nicht? Ja, hast du Holz? Ja, ich hab grad Holz gefarmt, ja Komm, komm, komm Was kann ich grad noch mit, ich muss was wegwerfen Schaffe ich noch in dieser Folge Schärfe 5-Shirt? Das ist hier die Frage Ja, ohne genug Level hast Und das ist ein Enderman Oh, das ist eine Spinne Komm, ein Faden noch Und ja, Leute, ähm Wenn euch Tiestes gefällt Werde ich Vielleicht sogar in der Woche zwei Folgen davon bringen Oder aber auch nur eine Und, ja Von was? Von TS-Dings da? TS-DS, ja Okay Also, wie ich sehe Gefällt euch, äh, gefällt es euch Und deshalb werde ich Auf jeden Fall noch mehr bringen Habe ich schon bereits, ähm Die zweite Folge aufgenommen Das war auch sehr lustig, Alter Ich hab mich Ich hatte, ich hätte mir fast in die Hose geschissen Weil das so lustig war, Alter Oh, der Schein TS-TH TS, kannst du mir mal kurz erklären, was das heißt Das heißt, Teeniespeak Ähm Okay Jawohl, ich hab ein Ich hab Seite Da unten liegt noch ein Kaktus Okay Sollte ich mir ein Stärke Zwei, äh, Stärke Vierbogen machen? Alter Tschü! Ah Monaco, was war das jetzt? Was? Was? Das kann ich wegmachen. Scheiße mein Spezek ist kaputt. Geh gib mir Holz! Ähm...Ja warte mal. Hier, ich geb' dir mal die Hälfte ab. Kiste, tu in die Kiste. Hab's dir jetzt gegeben einfach... Oder was wollich so genau? So, jetzt machen wir diese, jetzt machen wir diese, so, ähm, ah, warum hab ich's doch? Stärke, Stärke 1, Stärke 1 gibt Level 2. Raus, äh, raus, hier, raus, raus, raus. Also, ein Bogen geht eigentlich relativ schnell. Ah, so, jetzt machen wir das da und... Oh, Zombies geben auch viel XP. Jajaja. Ich hab schon Level 5 jetzt. So, ich mach nur kurz das da und das da. Bitte gib mir was geiles, bitte, 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 bitte. Komm schon, ich schaffe, hier haben wir Schärfe. Das ist dein Schwert. Schärfe 1 und... Was? Alter, warum gibst du's mir wieder mal? Scheiße, wir fehlen noch. Also, Schärfe 1, Schärfe 2 und Huffer 2, nice, nice one. Oh, mein Schwert zu reparieren kostet 17 Level. habe ich dann noch was hier habe ich noch dann halbarkeit 1 dann das glaube ich dass da fünf level dann ja weil wir uns ausrufen ist es noch nicht so spannend doch eben seid beim kampf dabei wir müssen halt aufnehmen sonst ja wenn wir nicht aufnehmen gekickt aber wir können auch ohne aufzunehmen und ausrufen oder für 15 minuten wir müssen schon aufnehmen ist es pflicht steht auch in den regeln bleib stehen guck auf noch level für was fragen ich gerade leveleier für ringstar geben die auch xp oder schnell die sind wer denn nix ich brauche xp aber es sind keine mobs mehr noch keine tiere in der wüste was wollte ich denn machen ich habe noch du hast ich habe zwei ich habe dreieinhalb habe ich nur jetzt aber ich wollte nicht dann schicken wir mal per sms xp ok ok welche nummer hast du nur 7 nacht ich wollte jetzt zaubern 5 4 4 3 5 5 8 8 9 10 ja stimmt schon vergessen manu oh man so scheiße die pferde halten lange durch 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 ich habe vier level und ich komme das ist besser jetzt wieder nach hause i'm coming home i'm coming home tell the world so das ist gut so jetzt machen wir ähm schärfe 2 und schärfe 2 schärfe 2 ach was 5 level braucht es fuck ich gehe nochmal zurück ne ich versuche goldäpfel zu finden also äpfel goldäpfel kann man nicht finden das kann man noch machen äh was schmeißen wir hier weg dieses blöde schwert dieses blöde schwert da müssten vielleicht äpfel liegen eventuell eventuell was was da müssten vielleicht äpfel liegen aber ich sehe hier keine bis jetzt oder ich war einfach zu lange weg so machen wir weiter am reichenbaum hier ey alter ich bekomme ich mir fehlen noch ganz wenig also noch die hälfte und dann dann töte halt dann töte halt äh tiere und so ja eben ich finde keine mehr das ist blöd ich kille jetzt tintentische oh ja die geben auch xp brauchen wir tintensäcke tittenbeutel tittenbeutel meinst du ne ja für was ich glaube wir brauchen das für irgendeine für irgendeine ich glaube ähm ja es könnte sein ich weiß es aber nicht dann müsste ich im wiki nachgucken dann gucke ich mal nach microsoft wikipedia in der nächsten folge dann aber ich habe schon mal einen apfel einen apfel habe ich das ist gut ich glaube er hat jetzt wieder einen apfel getroppt ähm warte mal was kann man wegwerfen was braucht man nicht der sterfe 5 mach so viele apfel wie du kannst wir haben sehr viel gold und wir können sehr sehr viele apfel machen naja wir haben über einen stick ne no no scheiß essen essen no no ach der wir können einfach mich verlieren geil ich habe ein level ey duck duck sorry dass ich jetzt sage aber hat mal deine fresse hier sonst sonst kämpfe ich nicht gegen uns äh das war das beste versprechen jetzt still zu sein sonst du weißt schon was die dann denken über uns ne aber wir könnten auch verlieren jetzt ohne scheiß die anderen sind auch sicher sehr gut ausgerüstert naja die könnten eine falle bauen zack totes immer mhm ich habe 3 apfel 3 apfel mhm nice und irgendwo hier ist lava wie ich höre ich werde gleich gekickt in äh 55 sekunden ich werde früher gekickt als du da 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 okay und dann schärfe 3 schärfe 3 kostet 12 level und dann habe ich schärfe 4 und nach schärfe 4 und schärfe 4 werden dann wieder 16 level kosten und ich hab meinen schärfe 5 In der nächsten Folge habe ich dann Schärfer 5 gehört Läuft bei mir Läuft bei mir Und warte, ich schicke nicht, wieso du es so schnell Schärfer 5 gekriegt hast Ich habe mich halt beeilt Hast du echt Schärfer 5? Ja Schärfer 5 Ja, Schärfer 5, ja Hab ich jetzt gleich gekriegt, ne? Ja, in 15 Sekunden Ich habe noch 20 Ähm, ja, ich Ich tue mal all die Sachen in die Kiste rein Okay, ich habe schon mal 3 Äpfel gefunden, das ist gut Oh, ich brachte das Essen Hier wurde gekickt Ja, war wieder Spannende Folge Ich hoffe, es hat euch gefallen Die nächsten Folgen werden wir uns noch so Erquicken, da müsst ihr euch noch dran gewöhnen Aber Wir werden dann auch schon da langsam uns in der Ich sag mal dazu Ähm, so ein Fürs Vorspiel Ja, als Vorspiel In Klammer Äh, vorbereiten Und dann werden wir wahrscheinlich gegen Dame Games oder gegen Sonko Oder gegen Ja, oder gegen Ähm, Willex Nee, gegen Willex nicht Entweder gegen Dame Games oder gegen Sonko Aber die beiden Ja, weil er erst Er noch Ähm Später Der Dame Games wird jetzt gegen Ähm, Gordon kämpfen Erstmal, denke ich mal Weil das ist das einzige Team Gegen Das einzige Team, was Gegen die kämpfen können Ähm Und Die Gewinner kämpfen gegen uns Und die Gewinner genau Die kämpfen dann gegen uns Und dann haben wir noch ein Team für uns Wenn wir gewinnen Und dann haben wir das Projekt Gewonnen Okay Ja Und was bekommen die Gewinner Projekt Ähm Das ist noch in Verhandlung 10 Passive Card 10 Passive Ja, ne Einfach so aus dem Arsch Zaubern, ne Ohne Scheiß Die Gewinner bekommen GTA 5 geschenkt Für PC, weißt du Ähm Ja, Leute Ich würde mal sagen Manuel steht ganz oben In der Beschreibung Ich hoffe, ich stehe auch bei ihm In der Beschreibung Ja Ähm Ah, Matsui Und ja Haut rein Ciao Tschö Mit Du Opfer Ja, warte Ich muss Aufnahme halten Bild Ja, Bild Erkannt Okay, du kannst Folg mir jetzt endlich Ja 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 Ja, du Scheißkommander Alter, kauf dir Arma 2 Und dann können wir zöcken Okay, jetzt mach auch eine Sage Okay Drei Zwei Eins Arma Alter Okay Drei Zwei Oh Scheiß Drei Zwei Zwei Eins Arma Ich hab wirklich noch nicht aufgenommen Du Huanzen Jetzt mach doch du Arsch Nee Drei Zwei Eins Warte, warte Warte Drei Zwei Eins Ja Yo Leute Was geht Du warst so laut am Anfang Schnauze Schnauze Ja echt Du soll Yo So hast du es gemacht Okay, jetzt leg los Alter Warte, warte, warte Warte Ich muss zuerst meine Folge Raus nehmen Bevor ich Falsche lösche Was nimmst du auf? Mit Traps? Ja Oder Dictionary Arma Ich schwör dir Ich nimm das als Vorspann Ich schwör's dir Scheiße Jo Wahrscheinlich Oder Arma Okay, kurz Folge 10 war das Wir sind bis zur Folge 10 gekommen Haben wir nach oben Ja Okay Drei Zwei Eins Eins